Das ist mein Cover von meiner neuen Platte, die Kinder von Bahnhof Sol. Ich bin übrigens Yanni Ley, hallo. Und ich spreche jetzt hier zu euch auf dieser Splash-Seite, um euch alle nochmal aufzufordern. Ich habe ein Konzert auf der Tour in Chemnitz im Osten. Die ganze Tour, alles läuft super. Überall strömen die Leute zu den Konzerten. Das Problem ist immer, in Chemnitz, Leipzig, Dresden. Ich versuche es jedes Mal wieder, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die Leute nicht tanzen wollen oder ob sie mich als arroganten Bessi beschimpfen, weil ich in meinen runden Anzügen auflaufe. Ich weiß es nicht. Irgendwie verkaufen wir keine Tickets im Osten und das kann nicht sein. Wir haben die derbste Show, wir haben das derbste Konzert. Du müsst da hinkommen, glaubt mir, das wird der Hammer. Ihr werdet schweißgebadet und glücklich nach Hause gehen. Deshalb hier mein Aufruf, bitte holt euch Tickets für die geile Show in Chemnitz. Das muss doch irgendwie gehen. Außerdem spielen wir noch in Rostock, dass wir aufhören, wenn ihr da auch gleich noch vorbeikommt. Ansonsten, big up an die Jungs vom Splash und von dieser Seite. Und ab dem, ich glaub 16. Oktober wird es hier auch nochmal ein offizielles Interview mit mir geben. Aber bis dahin kann ich euch nur sagen, holt euch Tickets für Chemnitz und für Rostock. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer.